Ich bin in das Präsidium Race Cup, Samstag, 21. September 2019. Hinten ganz in schwarz der Gastgeber Kai Rommel, Frenzdorf, und ihm gegenüber im gelblichen Trikot Polster. Fünfte Runde müsste das sein. Einmal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wegsporn. Das darfst du nicht machen, so einen Ball. Nicht so einen Ball gehen. Das darfst du nicht machen. 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 Vielen Dank. Was soll man sich trauen, die Traum? Das ist ja auch ein Problem. Alle sind von 150 Euro weg. Ich meine, das ist eine Person. Ja, ja. 790 Euro. Das ist eine, 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 eine. Bleib halt. Sind wir weiter, die ist geschlossen? Oh, Mann! Das ist sicher, ne? Das ist aber ältere, das hat man schon innen. Das ist halt damit ... Ja, sicher. Kommt noch vier andere auf. Wie die neuen Wörter sind. Das ist sicher. Das ist ja ... Ja, die kriegen hat ja schon andere Farben. Ja, ja. Das ist ja ... Das ist so mancher Falle, ne? Das ist ja ... Ich hab' die Fulsch. Das ist alles gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, ja. Jawohl! Andere.